geil ich komm gut ich lande genau oh lol der will da auch ein ja dann boxe ich den auch scheiße er ist er da abdrehen meinst du auf brüder ehren scheiße ist keine waffe fickt meine boden hat er keine bitte irgendwo eine waffe sein an der koko ok immerhin christian bist du das wird auf dich geschossen sehr gut der war oben auf dem dach ich habe richtig lange eben dass ich weil ich gemerkt habe okay er sieht mich nicht ich muss ihn auf jeden fall im kopf treffen weil er hockt halt mit schnellen schuss hier wer alle ich versuchte mal rüber zu springen ich hab's ehre was bei dir sein aber genockt haus nebenan haus nebenan richtung nordwesten von mir nordwesten ok also genau das neben mir warte christo guck mal ins fenster her hinter uns ja hast du gesehen ne ja ich hab ihn gesehen er zieht auf mein fenster alter ich bin ja der übelste spider man wie kann ich ihn denn nicht treffen alter war okay er ist ziemlich low christo ja er war schön ich fall mal hier runter ja ja kannst du mich ich hoffe ich überlebt das er hat mich aber mit der granate vom dach geholt ja ich hab's gesehen danach wollte er mich mit molly holen hast du ihn gefinished ja ja ich hab ihn getötet oder war er instant ja ok krass der war not bad aber ich hab auch einfach nichts getroffen hier ich hab ne sanitasche kannst behalten lass mal in das haus wo wir die gerade gefakt haben äh hier ist ein holo falls du willst ja ich geh jetzt mal den du bluten ja das war ja also der der war richtig fickrig du hast im fenster gesprungen jaja die zone ist wieder sehr nah das ist ja ganz nice alla ne dieser halber griff ist irgendwie besser als der vertikale ne ne das weiß ich nicht genau oder er war auf ne uzi kannst du jetzt nen scope drauf machen das ganze nice auf dem Fenster kann ich nicht rausspringen ok hier ist ne ska l ja ich komm rüber ich bin im falschen haus ich dachte ich wär schon in dem richtigen haus upsies ok hier ist auch ein zweier helm der hat aber nur eine halbe halbe hähnchen alter und das hä das das dass du Schritte hast mein ich wo hast du den gefinished hm hier oben hier drin bei mir ok da liegen sie schön vom dach rein geaimt alle auf ihren basis ja wollen wir richtung zone oder oh ja gleich mit und dann bin ich verdient ach nee warte das ist ein braucht der mp noch in der waldes magazin falls du eins hast oh moped ja ist nach links gefahren sind kommt hier doch nicht ich glaub nicht ich hör Steps hier rechts hab einen nice den muss sein höre hin höre hin höre hin komm zu dir er ist mir gegenüber an der mauer rennt hier rechts rum hier hinter dir ok lass ihn pushen ist hier rechts im gebäude er ist hier drin oben ja ich weiß warte ich werfe mal eine granate rein ich hab auch eine hab ihn ok ok die vom ding sind abgestiegen hast du gehört hier ist noch ein erweitertes was du gesucht hast jo ah das läuft richtig gut ey 4 kills ich hab noch ein bisschen money für dich falls du brauchst 7er ja ich brauch vor allem 9er achso ist hier drin ehre ja der den ich gefinished hat den würde ich gerne noch abholen aber ich hab ein bisschen schiss vor dem mit dem moped ja scheiß auf den mit dem moped ok ehre ah hier hinten immer ne alter der hat mich einfach gar nicht gehört gehabt ne ist es da? ne keine Ahnung wo der war hier müsste es, ach doch hier muss es sein ja von mir ja da liegt er ist nichts drin gewesen der hua oh leu für die car kann ich gut gebrauchen ich hab ja ne car ähm glaub ich ein paar Sachen rausschmeißen kriegst du war da nicht so ein Kugel so ein Lagerding ja das schmeiß ich raus die ganz unten jetzt ok ich hab 6 Schmerzmittel, 6 Energy, 4 Medikit 6 Schmerzmittel ja ich hab 4 Medikit auch ok ja falls du von den Boostern was brauchst lass mal in die Zone jetzt Alter da haben wir aber Zugriff gemacht bei dem Typen eh ja er war halt mega abgelehnt von der Granate er hat sich gerade gehealt oder so hat nicht gerechnet dass ich ihn dann pushe ich hab wieder einen Autogut gehört glaube ich aber wir können ja erstmal den Berg hoch und chillen oder? was meinst du? ich hab Plan ich muss sagen hier so dieses mediterrane mit dem Gras ähm die Map sieht insane aus alter hier die Gerste Christo die Gerste ey guck mal und hier so ey hier am Container mit dem Rost haben sie überarbeitet ne haben sie sich äh nicht nicht lumpen lassen nicht lumpen lassen ja ja boah 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 Ehre ne aber hier so mit dem Weizen ne geil geil warte warte auch mit der Sonne so ne so bei den Clouds ala ist krass also bin beeindruckt sieht krass aus hier so jetzt durch das Blätterwerk mit dem Lensflare ala das schon krass ey boah du bist so ein Opfer ne ich sag's dir wala wala Bibi wala ich sag ich hätte Bock auf so einen Loot Drop ich sag wir gehen da unten wo es brennt wir sind die Feuerwehr ich würde erstmal rundum ein bisschen gucken und dann wenn wir mal Schüsse hören dann können wir da hin weil irgendwo war ja so ein kacken Moppet theoretisch ja gut die können ja überall sein ne ja ich dachte die wären angehalten aber vielleicht auch nicht ähm so ein Flugzeug jetzt ein Sieg das wär's das ist der Mann für Schläbe noch 50 am Leben wie viel Kills hast denn du? äh zwei brauchst du nen Kompensator eigentlich für AR? nö ich hab ne Sniper und ne Vector ne ich hab nämlich ne ich hab für beide Schalldämpfer ja Schalldämpfer im Duo ist so ne Sache ne müssen ja wenn dann beide haben so Throne kommt nächste ja wollen wir direkt um positionieren hä er guckt sich die Waffe an alter wie wechselt man auf First Person? V oh Alter den Rauch den du so hinterlässt Alter wie krass die Map überarbeitet wurde ne? äh ne? lass doch mal auf dem anderen Berg a la ja wollen wir vorher die Häuser hier nochmal mitnehmen ja ne? ja wenn ich ja ah hier sind wir einmal bei Bali gestorben das weiß ich noch oh Auto? Auto? da rechts ja das hier an die fahren locker in den Wald ja die fahren einfach straight weiter also hier ist auf jeden Fall gelootet aber vielleicht können wir so Reste zusammen klauen wie so dreckige Penner von der Straße ok das ist ganz schön hart oh wir gehen da jetzt hin wo die Schüsse herkommen ja ok ja geil das ist sogar hier glaube ich im Wäldchen oder im Bungalow dahinter direkt den Berg hoch jetzt müssen wir rechts rum gehen intens Splatterman ja gerne vom Auto ja gut da müssen wir nicht schießen ja jetzt können wir links hoch glaube ich ja wir kommen näher erst bei den Häusern glaube ich bei denen ne? ich find's witzig wie wie so Schüsse immer im PUBG alles unlock wie Schmeiß fliegen wir können da siehst du da rechts auf dem diesen ja Hang da können wir gut oben drauf glaube ich da können wir machen oh Granaten ja das ist unten bei den Häusern auf jeden Fall vielleicht können wir hier von dem Haus nochmal kurz einen Winkel drauf bekommen mhm warte mal ist ja einer drin ich sag gerade aber ich glaub nicht ja hier unten unten ja siehst du ihn? warte 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 also wenn du kannst dann ich könnte versuchen zu snipen ja ich snipe die ok oh Christo 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 ich hätte die einfach headshotten können ooooh ok jetzt müssen wir pushen ne nein nein ich hab ne K die haben keinen Sniper also ich halt da jetzt drauf mit der K war das deine Granate? ja sind beides meine weil nicht nahe dran ja aber push hier jetzt nicht unnötig ich hab ne K ja ist ein bisschen problematisch weil ich kann die jetzt nicht sehen wenn die auf dich schießen ok ich hab mich eben ja ich will dass die mich abknipsen wollen ich laufe und du schießt auf sie wenn sie auf mich schießen wollen nein nein ich hab keinen ok einer nockt einer nockt einer nockt einer nockt wir müssen pushen ja du links und mich rechts rum ja er hat mich er hat mich er hat mich ach scheiße ganz witzig ok mach weiter ich hab nur seinen Fuß abschießen können ich hab keine Ahnung wo die sind ich hab keine Ahnung wo die sind hast du gesehen wo die sind oder? ne heben wechseln wenn du kannst hm Ja, versuch mal einen besseren Deckungspot zu finden in den Häusern oder so. Das Ding ist, die wollten ja hier gerade drauf pushen. Das macht mir ein bisschen Sorge, dass hier jetzt auch noch welche sind. Würdest du machen? Ja. Hast du ihn gesehen? Ja. Ich glaube nicht, dass ich die gehittet habe. Doch, du hast beide gehittet. Der ist weg. Die sind beide nach links gelaufen. Intens. Ich bin so viel Stress nicht mehr gewohnt. Ja. Das war aber my bad. Du hättest recht, du hättest snipen sollen da an der Stelle. Da war ich zu excited. Okay, die sitzen da erstmal fest, denke ich. Ah, die müssen sich bewegen. Das ist nicht in der Zone. Echt, ja. Dann kannst du abwarten. Was? Oh. Der hatte ich gesehen, glaube ich. Hä? Von wo? Der ist da an der Ecke, glaube ich, vom Haus. Oder im Haus drinnen. Ja. Jetzt läuft er bei der Mauer. Beide bei der Mauer. Nice hit. Einer ist closed. Der ist schon unten drinnen, glaube ich. Das wird ein Spaß. Ja. Ach du scheiße. Was ich wusste... Ja. Da fehlt das Map-Knowledge. Haha. Ja, ich wusste es auch nicht. Aber ich dachte so, das klingt, als wäre ja Grafen... Ja. ...gedroppt. Also... Shit. Okay. Let's go. Hey, jetzt aber. Jetzt. Jetzt wird's was. Jetzt. Jetzt gehen wir alle durch, Allah. Ehre. Jetzt gehen wir hier raus und haben den besten Loot, den es jemals gesehen hat in PUBG. Ja, Mann. Allah, es fängt an mit einer Pistole. Zweier Rucksack. Gut, gut, gut. Oh, M16. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Ich habe eine Pistole. Oh ne, M4 sogar, Allah. Okay, ich glaube, ich kann gleich einen... zu dir, oder? Er ist unten drin. Okay. Ich markiere mal das Haus, wo er ist, ja. Da ist einer drin. Okay. Der hat auch gerade die Tür extra zugemacht. Ich glaube, er ist da... Ja, ich habe eine gute... Also, ich bin gut ausgerüstet. Ich meine, ich habe keine... keine Weste. Hier ist noch eine AK. Ich nehme die mal mit für dich. Hast du auch? Okay. Brauchst du einen AK? Äh, ja. Könnte ich gebrauchen. Hier close. Ich bin in dem Haus jetzt drinnen, oben. Ja, lass wieder rein. Das ist mir gerade zu knifflig hier. Andere Straßenseite macht dann auch noch Stress. Ich würde sagen, wir gehen rotes Haus aufs Dach. Und von den Dächern gucken wir. Okay. Ehre, 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 Ehre. Was machst du? Ja, ich gucke gerade noch von hier. Weil ich nicht will, dass wir so oben im Weg stehen. Nee, nee, ich lege mich hier eh hin. Sind die reingehaut? Warte, es klingelt an der Tür. Ich muss mal kurz hin. Ja, kein Ding. Ich glaube, es ist mehr alle. Ich bin wieder da. Die Leute irgendwie bewegt? Nee, ich habe gar nichts mehr gehört. Ich glaube, die sind, als sie so ultra nah waren bei uns. Ah, ich sehe sie. Okay, sie sind... Ich markiere das Gebäude. Warte, ich schieße einmal an. Der hat drei Hits. Der hat drei Hits. Hat er gerade aus Wutes Fenster eingeschlagen? Ja, ja, hat er. Nee, der hat eine Granate reingeworfen. Okay, ich spring hier einfach weiter. Jo, ich komme mit. Und dann gehe ich mal näher ran. Komm, wir fallen. Okay. Okay. Wie sehen sie? Ja, aber die uns nicht. Knocked. Geil. Da haben wir es im mittleren Fenster. Der hat richtig was passiert. Ich werfe eine Granate rüber, ja? Ich push rein, ja? Ja, der ist super low. Der muss den jetzt hochholen, sonst stirbt der. Ich traue jetzt mal auf dich. Sehr schön. Ab ihn. Ja, der war schon am hochholen. Alter, ich bin ohne Weste hier einmarschiert. Okay, gönn dir da eine Waffe von denen. Dann bunker wir uns hier erstmal ein. Uh. Hier ist ein Holo. Hier ist... Alter, das war Zugriff. Richtig Zugriff. Ich nehme die Vector, wenn du die... Ja, die kannst du gerne haben. Kannst du gerne haben. Okay, okay. Ich brauche noch eine Weste. Da ist eine drinnen. Ich lege hier Munition raus. Die kannst du alle haben. SLR, die nehme ich mit. Hier ist noch ein Helm. Feuer in der Rüstung. Hier sind close. Welche am Gebäude? Gegenüber. Gegenüber. Kann ich eine Granate nehmen? Oh, Achtung, Achtung. Ich habe eine Granate. Ich schmeiße eine rüber. Ja. Lass mal nach. Aber wir bleiben hier, ja. Wir machen jetzt keine Panic. Die sind unten. Die kommen rüber. Das ist ja in Ordnung. Die sind unten drin. Hab einen. Der hat eine Granate hochgeworfen. Ja. Das war einer. 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 Hab ihn. Alter. Alter Bruder. Mad Kid. Und weiter. Deine Ned hat ihn einfach gefinisht direkt. Ich war richtig verwirrt. Das war seine Ned. Ach echt? Ja. Geil. Dann hat er sich selber weggeböllert. Auch. Solide. Helter wird die geballert. Mieser noch mal durch. Mieser noch mal durch. Schöne Mutant. Du hast auch Heilung, ne? Nö, alles gut. Brauche ich ein erweitertes für SMG. Das wäre geil. Dann lade ich mal beides nach. Oh, jetzt ein Dreierrucksack. Ist noch eine 1er-Weste, eine volle? Ne, ich habe eine ganz leicht angeschossene 2er-Weste jetzt. Okay. Ja, wollen wir in die Zone rennen? Ja. Let's go. Das war heikel, Alter. Aber du hast alle Kills, glaube ich, oder? Ich habe drei. Dann habe ich auch einen. Ja. Hey, wir leben. Ja. Ach, krass, wie schön die Map ist, ne? Ja, ja. Hier so mit dem Rost jetzt so am Auto. Alter, das mediterrane... Die Rinde! Das mediterrane Klima hier! Christo. Warum stehen hier keine Palmen? Guck dir mal! Mediterran! Ja, aber... Ja, nicht aber... Also, da können dann schon Palmen stehen im mediterranen Klima. Bin ich mal ehrlich. Ist in Südtirol nicht anders. Wir sind hier... Alter! Die Gerste! Guck dir das an! Wie detailgetreu! Oh, und das Wetter. Lensflair. Hm. Ja, weiter geht's. Na, meine Klamotten sind leider alle ein bisschen beschädigt. Lass mal zu Wilhelm Tell Gedächtnisstätte. Ich bin doch gar nicht mehr auf dem Weg. Das ist doch da. Hä? Nein, da. Oder? Nein. Da. Das ist... Ne, das ist nicht Wilhelm Tell. Wilhelm Tell ist dann neben... Doch, guck dir das Video an. Oh, da. Oh, Schule wird immer noch gefeiert, Alter. Amen. Oh, da ist ein Moppet. Wollen wir das nehmen und richtig weit in die Zone einfach mal reinbrettern? So richtig zentral? Ja, einfach mal machen. Okay. Wer fährt? Ähm, nicht ich, glaub ich. Na, gut. Ich bin Juterfahrer. Oh, hier ist ungelootet. Das ist natürlich... Einladung. Ja, dann lass doch... Oder? Nee, let's go. Wir haben einen guten Loot, oder? Ja. Ich bräuchte frische Klamotten. Nee, warte auf mich. Tja, wie fahren wir? Schule vorbei. Auch bis tanne. Ja, nicht zu nah dran, ja. Und dann über die Brücke. Achtung. Easy. Da unten steht ein Auto. Können wir das bitte nehmen? Nö. Wir bleiben im Moppet. Ah, der hat die Grafik, ne? Sick. Können wir anhalten? Okay. Alter, kann das Moppet bitte ausgehen? Geht doch. Haben sie, haben sie gepatcht. Sehr gut. Ich hab Schiss, dass die von der Schule jetzt rüberkommen. Weil wer da gewinnt, ist krass. Stimmt, da gibt's guten Loot. Das ist ein Zweierrucksack. Oh, frischer Helm, geil. Frische Weste. Freund, nur eine frische Zweierweste. Weich. Oh, was haben wir denn hier? Ne Mutant oder ne M4? Da drüben war doch ne Granate geworden. Ja. Hier, hier sind, bei mir sind richtig gute Waffen. Kannst du beide haben, wenn du, also, weiß nicht was du. Ne, ich hab's noch nicht ganz gut. Ja, also hier ist ne Mutant. Hier ist auch noch ein Zweierhelm. Und ne M4 liegt unten auch. Auch nur noch ein gutes Scope. Für meine Long Range Waffe. Alter, ich hab 70 Medi-Kids. 70? Jo. Meinst du Bandagen? Ja. Das ist das Gleiche. Oder fahren welche. Oh, ich schalte mal für AR. Warte mal, kann ich den auch da aufpacken? In der Garage hier wäre noch ein Auto. Das können wir dann nehmen. Noch zu Ende und dann. Wie bitte? Ich loote noch zu Ende und dann können wir los. Ja, ja, ich loote auch noch. Breit als 70 Medi. Äh, äh, Bandagen. Bruder, muss los. In dem Compound. In beiden benachbarten Compounds sind jeweils Gegner. Das ist der frische Zweierweste. Nice. Ich hab leider, was mir fehlt, ist ein Scope of Range. Ja, für mich auch. Ich hab, äh, hier ist auch noch ein Zweierhelm. Ich hab nur... Ja, aber die fighten da alle. Das war so ein geiles Scope. No. Wo schießen die denn hier? Ja, ich würd jetzt niemanden pushen. Ich würd das hier versuchen, jetzt richtig schön safe zu Ende zu spielen. Ähm, wir haben hier ein Auto. Wir können erstmal chillen. Wir können die Umgebung begutachten. Noch eine Zweierweste. Erweitertes Magazin für SMG bräuchte ich auch noch. Das hab ich leider nicht. Liegt das hier vielleicht noch irgendwo? Mündungsfeuerdämpfer. Das hört sich auch so an, als ob die Sniper hätten. Das ist natürlich nicht so geil. Hier ist noch Mündungsfeuerdämpfer SLR. Oh, komm Auto. Schnell raus. Direkt abfangen, wenn die herkommen. Jo, die kommen locker her. Nee, ich glaub, die fahren weiter. Hä? Ja, die sind weitergefahren. Okay. Komm, noch eins. Loy, was ist das denn? Die halten an. Okay. Kann das Ding schießen? Nee. Okay. Was macht der ausgestiegen? Ran, ran, ran. Granate kommt. Achtung, Achtung. Weg, 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 weg. Fall in meinen. Alles, Alter. Okay. Alles, alles easy. Du rennst einfach weiter hin. Ist mir egal. Ja, ich dachte von... Ich dachte, du meinst von ihm. Nee. Ich dachte halt legit, du meinst von ihm. Lass bitte erstmal in den Haus. Alter, hast du gesehen, wie das Ding geflippt ist? Er ist gegen das Moped gefahren und macht einen dreifachen Salto rückwärts. Kein Scherz. Kein Scherz. Hast du Medikids? Jo, ich geb dir eins. Nee, ich hab... Ich hab... Ich brauch eins. Ich bin voll. Achso. Alter. Voll cocky, dass er anhält so alleine, weißt du? Wir müssen... Wir müssen weiter. Aber wir haben ein Auto, ne? Seit wann gibt's denn hier Panzer? Kannst du irgendwie mit einer Flairgarn holen oder so? Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Hat der denn noch einen besseren Helm? Mein Helm ist ziemlich... Guck mal das Auto. Okay. Geiler Typ. Alter. Weiß nicht irgendwo noch ein frischer Hut? Hut vor allem. Ja, lass direkt mittig rein. Ich komme. Alles gut. Okay. Bin drin. Ich hab markiert, wo wir hinwollen. Du kannst jetzt anscharf links über die Brücke. Okay. Ja. Schöner Dutchia, ne? Alter, die Grafik kriegst du. Das ist so sick hier mit dem Lensflare, Alter. Oh, krasser Jeep. Oh. Nee, wurde schon, wurde schon. Äh. Okay. Fahren wir straight rein, oder? In die Mitte. Okay. Da sind wir sch... Achtung, Stein! Okay. In den ganzen Dreckshütten vorbei. In deiner... Deiner Markierung. Mhm. Da sind wahrscheinlich schon welche, aber... Keine Ahnung, ist die beste Position. Glaub, wenn wir die haben... Da ist doch kein... Oh ja. Ich bin... Ja, ja. Ich bin dumm. Alter, bin ich dumm. Ja, da konnte ich nicht mehr zielen. Fuck. Fuck. Aber ich bin so dumm, ey. So, drive-by, die hole ich mir. Ja, auch so ein bisschen gepanickt. Meine Knöchel. So ein bisschen gepanickt auch, so weil sie halt mega auf uns drauf gerattert haben, Close. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was mich dabei geritten hat. Und wie du wieder aussiehst, auf Ehrenbruder-Basis, das geht doch gar nicht klar. So, Christo. Christo, Modus. Letzte Runde. Ich bin im Modus. Drei Stunden Aufnahme, letzte Runde. Genau ins Löcheln. Alter! Warte, war was auf dem Dach? Hast du irgendwas anders gesehen? Ich bin die Treppe runtergerauscht. Beim Landen. Wie sick war das denn? Trabliert war das vielleicht. Hm. Bist du das? Ja. Ich hab mich mega erschrocken. Boah. Was ist das für eine Waffe? The fuck? Frage nicht. Frage, oh, hier ist eine K. Oh, eine Mini. Was ist denn los? Go. Shit. Ich geh aufs Dach, Christo. Es ist wieder soweit. Der Modus heute. Bist du das? Ja, ich war das. Die dübeln sich da gut einen rein. Und wie ist es? Auf meinem Dach, ne? Ja, ja. Ich glaub, viele sind diesmal nicht hier. Also in Richtung... Südosten sind auf jeden Fall welche. Die fighten da gut. Aber wir looten einfach weiter. Oder wir... Ne, einer ist ausgenockt. Lass uns die Party springen. Okay. Oh, die sind aber noch weit weg, ne? Ja, die sind ganz am Rand. Oh, Leute, die sind auf dem Feld. Ja, einer war zu weit übers Feld. Ja, aber nicht auf den schießen. Hier sind die am Haus. Vor mir. Ich bin so bad. Holy shit. Hab ihn. Nice. Wo ist sein? Ich glaube, es lebt noch einer irgendwo. Auf dem Feld könnte sein. Ja, dass der vorgerannt ist, ne? Ne, der war instant. Ja, ich dachte, der war noch... War der instant? Ne, der war instant tot, aber... Oh, scheiße, ich seh ihn. Am Häuschen. Nice. Alter, die hatten jeweils schon sich einen geholt. Der war auch jetzt instant. Jetzt müssen wir aufpassen, dass Pomposchinko uns keiner holen kommt. Äh... Oh, ne K. Das ist natürlich anders geil. Hier, hast du was dafür? Gut, was anderes kann ich nicht anbieten. Warte, ich droppe mal Scheiß. Okay, ähm... Ah, das müsste noch irgendwo anders Leute sein, oder? In Pomposchinki drin, wa? Oder in dem Dings Tower da. Ne, ich werde nach Pomposchinki zurückgehen. Okay. Linke Seite schön durchlooten. Ich habe jetzt eine K mit sechs Waffen. Was ist das? Nein. Äh, dann hat jemand zu uns die Granate geworfen. Ja. Dann würde ich sagen, im Watchtower. Ne, oder? Da war so das Fenster kaputt oben drin. Okay, aber... Oder er liegt irgendwo auf dem Feld. Äh, im Feld. Oh, auf mich wird geschossen? Ja, der ist irgendwo... Ah, er ist mit auf dem Feld. Habe ihn. Warte, er ist nur noch, nur noch. Ja, ich muss... Wo ist der andere? Weg umgehen. Der ist auch noch irgendwo auf dem Feld. Ich hoffe, einem der haut war ein... Habe ihn gefinisht. Okay, ich halte mich erst mal. Ich auch. Puh. Okay. Ja, er rennt übers Feld. Nach rechts, oder wohin? Ich sehe ihn gerade nicht. Ah, jetzt sehe ich ihn. Habe ihn einmal. Nee. Er ist hinterm Heuballen. Oh, ich habe ihn einmal getroffen, aber... Kannst du safe in Deckung, oder? Ja, ich bin in Deckung. Okay, ich versuche zu dir zu rennen, ja? Nee, 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 mach nicht, mach nicht, mach nicht. Ähm... Kann ich hier... Versuch... Ab ihn. Ich bin... Uh! Der Babu. Ja, jetzt wird es lang so schwierig, so oft wie du jetzt... Bist du schon das zweite Mal jetzt? Nee, das ist das erste Mal. Okay, ja, dann ist gut. Oh, geil. Die können wir gleich richtig schön looten, ey. Das wird nice. Oh, der hat mich echt gut gekriegt. Oh, ich habe die beide so weggesniped, ey. Das war Ehre. Krass, die Tapeten, wie gut die Map aussieht. Okay, ich gehe die mal zügig looten. Hä? Auch noch was über. Ja, klar. Natürlich. Okay. Oh, eine M24. Nice. Die ist besser als die K, ne? Dann kannst du die K nehmen. Ich habe eine. Puh, okay. Oh, Auto? Hinlegen. Hey, was hat die denn für Muni, die M24? Hey, ich habe keinen Scope drauf. Habe ich ihn einmal gehittet? Oh, ich habe... Ah, er ist gerade ausgestiegen, als ich ihn gehittet habe. Das ist doch richtig bitter. Oh, die fahren direkt weiter. Lass hinterher. Rechts von uns müssen auch Spieler sein durch die Raid Zone. Brauchst du Sechser haben? Äh... Sechser Scope? Ne, ne, ne. Leu, ihr lagt auch was. Auch eine K. Leu. So, wo ist das Auto? Ich glaube, wir sind da einfach noch weitergefahren, oder? Hm, ja, glaube ich auch. Ich habe ja für meine M16 irgendwie keine. Warte, ich habe noch einen Mündungsfeuerdämpfer hier. Äh, brauche ich nicht, danke. Achso, äh, ja, habe ich schon. Oh, die M24 ist... Links von uns? Das dürfte auch nicht so weit sein. Oben auf dem Berg irgendwo. Wahrscheinlich. Ja, am Baum. Oh, ich sehe ihn am Baum. Warte. Oh, das. Ich habe zu hoch geämmt. Ähm, können wir versuchen zu pushen, oder? Sind wir uns rankirschen? Die sind halt auf dem Hügel, ne? Ja, wir gehen ganz rechts. Wir gehen ganz rechts über die... Die looten jetzt erstmal und heilen sich. Wir gehen jetzt rechts zur Scheune. Ja, die laufen den Hügel hoch. Aber ja, wir müssen ja eh vorwärts laufen. Lauf, 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 lauf. Ich versuche, dir jetzt Deckung zu geben. Wir gehen noch weiter nach rechts. Die sind auf jeden Fall damaged. Also, wir gehen einen Hügel weiter, ja? Hier offenes Feld und ich laufe nochmal hier zu dem Heuballen, um nochmal Aufsicherung zu haben. Die sind schon weitergelaufen auf jeden Fall, ne? Die könnten jetzt auch schon direkt links erscheinen, da auf dem Hügel. Schau mal schauen. So, ich bin noch ein Stück hinter dir, warte. Ja. Okay, ich bin jetzt bei dir. Im Busch? Nee. Mal hier über den Hügel rüber gucken. Da ist noch eine Hütte vor uns, da könnten die sein. Oh, die smoken dahin. Äh, 330. Smoke. Wollen wir näher ran? Oder von hier wissen sie nicht, wo wir sind, ne? Ist ganz nice, die erwarten uns jetzt gar nicht hier. Tja. Wir fühlen, die werden schon weiter nach rechts laufen, ne? Äh, wir müssen in die Zone. Ja, aber die müssen durch uns durch, basically. Also, wir können die theoretisch auch einfach mal kommen lassen. Wir dürfen jetzt den Moment nur nicht verpassen. Scheiße, ey, die Bäume sind im Weg. Ich sehe nichts. Ich gehe mal an einem Baum ran. Wobei, ist Kacke. Das Ding ist, wenn wir jetzt in die Zone laufen, ballern die uns vielleicht den Rücken. Ist nicht so belohnt. Wir sollten uns schon mal auf den Weg machen, ne? Ja, okay. Let's go. Ja, lassen wir sie schießen. Leute, halten. Ja, wir haben wahrscheinlich keine Wahl. Was? Was? Aber wenn die halt jetzt kommen, dann kommen sie halt geschwächt immer noch. Ja. Und müssen dann noch Zonendamage tanken. Dann können wir sie halt eigentlich ganz easy abholen. Können direkt bei den Häusern vor uns warten. Weil das ist so der straighteste Weg von denen, denke ich, wo sie Deckung hätten. Ah, ich habe keinen Bock, dass da welche drin sind schon. Das wäre Kacke. Ja. Ja, wir können so die Bäume, die Baumlinie entlang. Ich hatte da nichts gesehen, aber... Ne, ich auch nicht. Können ja Third-Person-Peaken machen, ist so eng. Ah. Ist auch für keinen Verlass. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hinter uns gucken, ne? Ja. Bei ihnen noch nicht, aber wenn wir... Das Ding ist, wenn die jetzt... Sollten welche im Haus sein? Wenn die jetzt schießen. Jetzt auf uns schießen, hätten keine Chance. Also wir müssten Flucht nach vorn, so. Wobei wir haben Sniper, so. Wir können die ganz gut headern, wahrscheinlich. Ich ziehe schon mal meine Waffe. Ja, habe ich auch. Wobei im grünen wird keiner sein. Ich gucke hinter uns, ich gucke hinter uns. Wollen wir im grünen chillen ein bisschen? Das ist zwar ein bisschen Zone, aber ansonsten sehen wir die nicht. Ja, lass das machen. Machst du die Tür zu? Ja, Tür zu. Hier ist die Tür offen. Ja, ist die Tür offen. Okay. Ja, ich sehe tatsächlich hier gar nicht so gut. Oh, hier geht's. Ah ja, Rucksack. Crazy. Also diese Puppe ist so gruselig. Max, guck mal. Ja, Map wurde überarbeitet. Alter, auch der Perser ist so. Machst du das? Ja, ich bin ausgesprungen. Insane, der Perser. Ja, wollen wir... Ja, laufen da oben in der Ba... In der... Oder? Hm, nee, nee, nee. Es war halt so eine Reflexion von der Zone. Ja, dann lass in die Zone. Wir können schon mal ein bisschen weiter vor. Oder? Wollen wir hier noch... Ja, ist gut. Ich bräuchte nur einen neuen Helm. Nee, ich bräuchte halt eine Nahkampfwaffe eigentlich. Weil ich hab nur die M16 für Nahkampf. Ich krieg noch kurz den Turm. Oh, Auto? Ja, lass mal. Ja, lass mal. Ja, lass mal hier weiter zu den Hütten. Äh, die kommen. Oder? Ja, lass dir bei den Hügeln bleiben. Hier ist geil. Die Hügel sind nice. Ist ja ultra gut gedeckt. Ultra guter Sichtschutz. Ich würd' sagen, hier bleiben wir erst mal. Ja. Obwohl... Nee, wir müssen direkt weiter. Das ist es. Ja, okay, da müssen wir echt weiter. Äh, rechts rum rotieren? Oh, das Auto fährt da hinten auf dem Hügel. Das siehst du noch, ne? Ja, lass links rum. Hier sind ein paar Hügel und Gebäude. Das Ding... Achso, wie rum um den Berg meinst du, ne? Ja. Ich würd' sagen, links rum tatsächlich. Weil rechts rum ist halt die ganze Map. Und links rum ist der Kartenraum. Links sind auf jeden Fall irgendwo noch Feinde, weil die haben vorhin rum geschossen. Okay. Ja, aber hier werden überall Feinde sein, also... Ähm... Ja. Ich würd' links rum den Berg, einfach weil da Küste ist. Da sind weniger Gegner. Rechts rum, von da kommt die ganze Map. Weil es halt sehr weit im Westen, die Zone. Overall. Auf dem Berg draußen. Oh, Gegner, 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 links von uns, links von uns. Na, close, 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 close. 100 Meter. Ist irgendwo im Busch. Sitzt irgendwo im Busch. Hat der uns gesehen? Ja, der hat uns gesehen. Sonst würde er jetzt hier noch rumlaufen. Kannst du markieren, ungefähr wo? Es sind wirklich, keine Ahnung, 100 Meter von uns entfernt. Es ist direkt vorne hier bei den Büschen. Tja... Ich glaube, ich sehe ihn liegen. Ich habe eine Granate. Ja, wir haben beide. Lol. Beide? Nein, du hast nur einen. Ja, ja, gut. Der ist aber die Insel tot gewesen. Achso, okay. Okay. Lol. Auto hinlegen? Ja. Lass die einfach vorbeifahren. Okay. Hat der eine Nahkampfwaffe? Ja, eine M4-16 kannst du dir mitgönnen. Oh, geil. Noch ein paar Sachen raus. Kompensators für dich auch noch drin. Vierer Scope kannst du dir nehmen. Aha. Ich brauche noch ein bisschen Stimme-Munition. Ich brauche nicht so viel. Wir müssen noch weiter, ne? Ja. Okay, let's go. Uh, gut, dass ich den gesehen habe. Jo. Kobi hat gesessen. Jo. Zone ist nicht so schnell. Aber ich will ja auch schnell weg von den... Ja, ja, aber wir können die... Wir brauchen die nicht viel. Also, die wird nicht viel scheinbar. Wir gehen ganz close am Berg vorbei. Die ist schneller als wir, die Zone, ne? Ja, ein bisschen. Ist das nicht die, die Fealdamage macht? Auto? Vielleicht. Hier ist ein Motorrad. Geil. Ja, dann ballern wir links rum. Und hauen uns irgendwo in die Hügel. Weil ich habe keinen Bock auf Gebäude. Ja, dann lass mich fahren. Ist ja meine Aufnahme. Ja. Ja. Sollten rein, bevor sie hittet, weil die hittet dann nicht so viel. Ah, okay, es geht noch. Willst du absteigen? Ja. Ich muss ja erst mal chillen ein bisschen. Ein bisschen heilen. Fuck. Fuck. Okay, der losfällt. Ja. Hab ihn, hab ihn. Hab ihn einmal gehittet. Ist auf den anderen fokussieren, ja? Ich gehe an einen anderen Baum. Okay, ich muss mich heilen. Äh, der ist noch beim Auto, aber sein Kumpel ist tot. Okay, ich heile mich erst mal. Alter, sehr gut schützt so. Oh, Alter, den hab ich so weggeflickt, den Jungen. Aber den, hast du einen Kill bekommen? Ja, ich hab den Kill bekommen. Okay. Hast du ihn gefinisht? Äh, ich bin nicht sicher, ob... Ey, lass lieber eine gute Position suchen, oder? Ich bin nicht nur... Ja, wir haben gut nur durch. Äh, ich würd sagen, nicht zu nahem Berg. Am geilsten wäre da. Äh, lol. Da. Also links rüber. Und in... auf den Hügel, weißt du? Oh Gott, nee, da... Hier ist ein offenes Feld, wir müssen unbedingt... Wir... wir pushen an die beiden Häuser ran. Das ist... stehen zwei Autos dran. Scheiße. Hab ich auch wen im Fenster gesehen. Ja, oberst Fenster. Mittler... Ähm... Sieht ihr uns? Rechtes oder linkes Haus? Äh, rechtes Haus, rechtes Haus. Auf der... äh... Auf der Frontseite. Zu uns, für die hinten Seite. Fuck, von irgendwo wurde auf mich geschossen. Ah, hinter uns. Hinter uns. Ich muss jetzt komplett ran pushen, ansonsten... Ja. Kann er mich abholen. Hinter uns hat er auf mich geschossen. Ah, ich seh. Geh ins Haus daneben. Oh, hier ist auch ein Auto drin. Fuck, jetzt wird auf mich geschossen. Okay, ich bin jetzt wie ein Hase. Fuck! Ach, links am Baum. Und rechts pusht er auf mich, Christo. Ja, sorry. Ich bin hier selber auf dem Pfeil. In dem Moment, wo du losgerannt bist, äh, haben die mich von hinten angeschossen. Bitte.